RB 46 von Mühldorf, Ankunft 18.55 Uhr, heute auf Gleis 6, direkt gegenüber. Ich wiederhole, RB 46 von Mühldorf, Ankunft 18.55 Uhr, heute auf Gleis 6, direkt gegenüber. Ich bin der Karte, ich bin der Karte, ich bin der Karte. Vielen Dank. 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 Es ist ein Autozug. Es wird transportiert. Es ist ein Autozug. 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 Er fährt jetzt hier zu einer schönen Bahnhof. So, Baureihe 111 von Öppepür hat normale Güterbargons drauf. Sind sehr schöne Güterbargons, ich bin ein extra Fan davon. Fahre ich auch gern bei Transylvania 21. Ein sehr kurzer Güterzug. Es sind so Wagen, ich weiß gar nicht, ich glaube die werden sogar für Poste benutzt. Ich weiß gar nicht, ich habe mir schon 19 Minuten Postel geliefert. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Nein, das ist ein Rangio-Look. Nein, das ist kein Rangio-Look. Das ist ja, ach das ist der Look, der wo es jetzt da abgestellt wird. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Das ist ja, aber ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Pünktlich in der Zeit, pünktlich! Wo muss man das hinschreiben? Pünktlich in der Uhrzeit. Pünktlich! Pünktlich in der Zeit wie immer. Was ist jetzt mit dem Doppelgag aufmachen? Hoffentlich, dass wir noch nicht. Hey, bleib steh! Stehbleiben! Stehbleiben!